Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den italienischen Premium Zerstörer auf Stufe 6, die FR25 am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen, welche Module ich nutze, welche Verbrauchsmaterialien wir haben. Dann gucken wir uns die Werte an, vergleichen diese mit anderen Zerstörern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitän-Skillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch direkt bei den Modulen an. Dort nutze ich einmal Zielsystem Mod 1, um die Genauigkeit etwas zu verbessern. Als zweites Antriebs Mod 2, um schneller beschleunigen zu können. Allerdings ist dort auf jeden Fall auch Steuergetriebe Mod 2 eine starke Wahl, weil die Ruderstellzeit doch eher schlechter ist. Und zu guter Letzt nutze ich noch Tarnsystem Mod 1, um einen besseren Tarnwert zu erreichen. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir einmal Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites den Abluftnebelerzeuger mit 4 Aufladungen und einer Dauer der Nebelwand von 10 Sekunden und einer Wirkungsdauer von 30 Sekunden. Und zu guter Letzt noch den Motorboost mit 2 Aufladungen, welcher über 120 Sekunden die Höchstgeschwindigkeit um 20% verbessert. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Zerstörern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 28 Punkte, Trefferpunkte 19.000, was auf jeden Fall ein richtig starker Wert ist auf der Stufe. Panzerung 6 bis 16 Millimeter. Schauen uns dort auch schnell die Panzerungsgruppen an. Allerdings nichts wirklich interessantes zu erwähnen für einen Zerstörer auf der Stufe. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 26 Punkte. Und bei der Hop-Batterie haben wir 5x139 Millimeter Geschütze mit einer Reichweite von 10,7 Kilometern, was minimal besser ist wie der Durchschnitt. Ladezeit 6,6 Sekunden, was doch auf jeden Fall unterdurchschnittlich ist, also nicht ganz so gut. Dauer für die 180 Grad Drehung 15 Sekunden, was etwas besser ist wie der Durchschnitt. Und die Sprengranaten machen einen Höchstschaden von 2000 mit einer 9%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und der SAP-Höchstschaden liegt bei 2700. Und damit haben wir doch leider eher einen schlechten HE-Schaden pro Minute und auch einen etwas schlechteren Feuerstarter. Und der SAP-Schaden ist im Vergleich zu der El Tarigo ca. 10% schlechter, also nicht ganz das Potenzial vom Forschungsschiff. Bei den Torpedos haben wir 14 Punkte und dort haben wir 2x3 550 Millimeter Torpedowerfer mit einer Ladezeit von 80 Sekunden, was auf jeden Fall etwas besser ist wie der Durchschnitt. Dauer für die 180 Grad Drehung ganz normal 7,2 Sekunden. Höchstschaden 14.833, was auf jeden Fall auch etwas besser ist wie der Durchschnitt. Torpedo-Erkennbarkeit zu sehen genau im Durchschnitt mit 1,4 Kilometern. Torpedo-Reichweite 6 Kilometer, was leider doch ein schlechter Wert ist. Und die Torpedo-Geschwindigkeit 68 Knoten, was auf jeden Fall sehr schnell ist. Und damit haben wir einen leicht unterdurchschnittlichen Torpedo-Schaden pro Minute. Allerdings, wenn man dort natürlich dicht genug drankommt, 6 Kilometer in Kombination mit fast 70 Knoten trifft man dort doch sehr, sehr gut. Bei der Flugabwehr haben wir 23 Punkte und dort haben wir 2x2 20 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 7 und einer Reichweite von 2 Kilometern. Und noch 4x2 37 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 46 und einer Reichweite von 3,5 Kilometern. Und damit haben wir eine relativ durchschnittliche Flugabwehr für die Stufe. Allerdings wird man dort natürlich sehr viele Probleme haben mit Flugzeugträgern, weil die durchschnittliche Flugabwehr trotzdem nicht gut ist. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 80 Punkte, Höchstgeschwindigkeit 36 Knoten, was etwas langsamer ist wie der Durchschnitt. Allerdings, wenn man natürlich den Motorboost nutzt, dann kann man das natürlich für die 2 Minuten verbessern, was natürlich super ist. Wendekreisradius 690 Meter, was doch eher ein schlechter Wert ist auf jeden Fall oder sogar ein sehr schlechter Wert, muss man dazu sagen. Und die Ruderstellzeit 4,4 Sekunden, was auf jeden Fall auch eher ein schlechterer Wert ist. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 90 Punkte, Erkennbarkeit zu Wasser 6,9 Kilometer, was minimal besser ist wie der Durchschnitt. Erkennbarkeit zu Luft genau im Durchschnitt mit 3,5 Kilometern. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel 2,8 Kilometer, was auf jeden Fall ein sehr schlechter Wert ist. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Carlo Bergamini. Und geskillt haben wir dort einmal als erstes Kontakt steht unmittelbar bevor, um die Torpedogeschwindigkeit etwas zu verbessern. Als zweites Prüfnerblick für einen besseren Tarnwert. Als drittes Torpedosafari, um die Torpedoreichweite zu verbessern. Wir haben dort ja wirklich nur 6 Kilometer. Das können wir hier auf 7 Kilometer immerhin verbessern, um dort einfach ein bisschen mehr Spielraum zu haben. Wobei natürlich aufmerksam natürlich auch immer sehr sehr stark ist, wenn man den nächstgelegenen Gegner angezeigt bekommt. Aber wir wollen hier versuchen auf jeden Fall mal die Torpedoreichweite etwas zu verbessern. Als viertes talentiert, um nochmal den Torpedoschaden pro verlorene Trefferpunkte zu verbessern. Und auch den Torpedoschaden in der Nebelwand. Und als legendären Skill nutze ich Unaufhaltsam. Und bei den Inspirationen Vollauftarnung mit dem Erich Bay und Jersey Swirsky. Alternativ ist natürlich auch der William Sims eine gute Inspiration. Hier könnte man noch bis zu 2400 Trefferpunkte dazu bekommen. Aber auch zum Beispiel der Albert Gleaves ist natürlich eine gute Inspiration, um hier nochmal etwas mehr Torpedoreichweite rauszuholen. Man könnte natürlich auch ein bisschen noch auf die Torpedogeschwindigkeit oder auch Schaden gehen. Aber Reichweite, wenn dann eher am sinnvollsten. Ich bleibe allerdings bei meinen Tarnungsinspirationen und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte, zerklüftet im Basis-Eroban-Modus. Mit dabei der Captain Yoink in der Abruzzi und der Stout in der Hood. Ein Zerstörer pro Team, drei Kreuzer, fünf Schlachtschiffe haben wir hier. Starten hier in die Mitte. Fahren aber natürlich nicht in die Mitte, sondern werden uns hier auf die linke Flanke konzentrieren. Diese Karte ist durch die Inseln doch relativ getrennt immer mittig. Und ein Großteil der Spieler hält sich eigentlich immer hier auf der linken Seite auf. Von daher schauen wir mal, was wir dort finden. Torpedos konnten wir durch unseren Kapitän, wie gesagt, auf sieben Kilometer wenigstens verbessern. Rund 72 Knoten, also wenn wir dort was in Reichweite bekommen, dann wird es auf jeden Fall doch knifflig für die Gegner dort auszuweichen. Wir wechseln jetzt hier auch mal direkt auf die SAP, falls wir den feindlichen Zerstörer finden. Ein großer Vorteil auf jeden Fall gegenüber den Forschungszerstörern der Italiener ist, dass wir hier wenigstens einen vernünftigen Tarnwert haben. Nicht den allerbesten, aber wenigstens sehr, sehr brauchbar. Mit unserer Kapitänskillung konnten wir dort 5,1 Kilometer erreichen. Das heißt, wenn feindliche Zerstörer, wie in diesem Fall eine Asashio, nicht unbedingt voll auf Tarnung geskillt haben, können wir diesen sogar vorher sehen oder zumindest gleichzeitig. Und dann haben wir, auch wenn wir die Skillung ein bisschen mehr auf die Torpedos hier fokussiert haben, weil der Forschungszerstörer dort einfach die minimal bessere Hop-Batterie hätte, wenn man auf die Hop-Batterie gehen möchte. Kann man trotzdem hier so eine Asashio sicherlich im 1 gegen 1 relativ gut mit der SAP rausnehmen. Und haben hier auch direkt vor uns eine Nebelwand. Das ist natürlich die Asashio. Hauen hier auf jeden Fall auf Verdacht unsere Torpedos in den Nebel. Haben leider natürlich nicht den Skill aufmerksam, sonst könnten wir dort nochmal ein bisschen zielgenauer die Torpedos Richtung Zerstörer werfen, aber vielleicht haben wir Glück. Außer ein Dragon dort im Gegnerteam auch gegen die Insel gefahren. Sechster, siebener Gefecht hier auf jeden Fall. Müssen wir definitiv aufpassen. Okay, Torpedos sind bereits durch den Nebel nurig und auch die 7 Kilometer sind schon erreicht, sind ausgelaufen. Leider nicht den Zerstörer hier getroffen, aber das ist nicht so schlimm. Ich würde fast sagen, wir versuchen hier ein bisschen zu bleiben. Irgendwann, früher oder später, muss ja der Zerstörer aus dem Nebel rauskommen oder der Nebel verschwindet. In 20 Sekunden haben wir auch bereits die Torpedos wieder einsatzbereit. Machen wir das erste hier ein bisschen Aufklärungsarbeit. Haben hier auf jeden Fall doch einige Gegner auf der Seite. 5 Stück mindestens. Plus die Nagato, die dort durch die Mitte fährt. Wir hauen jetzt hier mal die Torpedos raus. Ersten Fächer direkt auf die Linie. Zweiten minimal nach links. Ich vermute mal, dass er jetzt gleich nach rechts reindrehen wird. Da haben wir auch die Asashio. Unten die Asashio sogar durch einen besseren Tarnwert, wie es aussieht, aufklären, ohne selber dabei aufzugehen. Für die Colorado fährt stumpf weiter. Ich hätte, wie gesagt, erwartet, dass er nach rechts reindreht. Aber die Torpedos sehen teilweise trotzdem gut aus. Ein Torpedotreffer. Leider keine Flutung. Und eröffnen jetzt hier auch das Feuer auf den Zerstörer. Sein Nebel ist zu Ende und machen hier auch über 3000 mit der Salve. Nachladezeit ist natürlich nicht die beste. Auch diesmal nur eine Granate getroffen. Bisschen Pech gehabt. Aber es haut natürlich trotzdem gut rein. Hier nochmal 2500. Und der Captain Yoink holt dort auch den Kill. Sehr, sehr schön. Nutzen jetzt hier unsere Nebelwand, um dort einfach wieder zugehen zu können, weil sonst hätten wir hier sicherlich 4, 5 Schiffe auf uns gehabt. Und das wollen wir natürlich nicht riskieren, dort unnötig Trefferpunkte zu verlieren. Aber natürlich ein wichtiger Kill hier an der Asashio, auch wenn wir selber diese nicht rausgenommen haben, gut Schaden gemacht und Aufklärung. Damit hat das Gegnerteam keine Zerstörer mehr übrig. Und wir können jetzt in den hoffentlich vollen Genuss kommen mit unseren Torpedos. Bisschen schade, dass wir jetzt hier keine Nebelwand haben durch die Torpedos, die im Vergleich zu den Forschungsbaumzerstörern doch auch mehr Schaden machen. Kann man dort auch durchaus leichter in Kombination mit dem Abluftnebelerzeuger dort ein Flachtschiff mit Torpedos rausnehmen, indem man einfach auf ihn zufährt, Nebel und dann quasi auf zwei Kilometern dort das rausdrückt. Leider, ich weiß nicht, ob die Gneisenau das hier erwartet hat, dass wir hier sind, aber er hat genau seinen Aufklärer genutzt und konnte uns so aufklären. Von daher ist jetzt hier der Überraschungseffekt quasi weg. Werde aber trotzdem versuchen, hier die Torpedos rauszuhauen. Sah so aus, als wenn die Gneisenau dann dort runterbremst oder gleich schnell wurde. Er weiß allerdings, dass wir natürlich jetzt hier sind. Vermute mal nicht, dass er jetzt auf und zufährt. Oh, okay, macht er sogar. Torpedos, ja. Wie gesagt, ich habe nicht mit gerechnet, dass er nach vorne fährt. Treffen trotzdem hier Hälfte von unseren Torpedos. Werden natürlich jetzt hier kurz aufgeklärt. Schießen extra nicht mit unserer Hopp-Batterie, um dort wieder schnell zugehen zu können. 5,1 Kilometer haben wir erreicht. Schade, schade. Da wäre sicherlich auch ein vernichtender Schlag drin gewesen, aber wie gesagt, hätte nicht gedacht, dass die Gneisenau dort rumkommt, wo er weiß, dass da ein Zerstörer ist. Sieht aber auch jetzt so aus, als wenn er sich aus dem Staub macht. Unser Team leider auch schon drei Schlachtschiffe in der Runde verloren. Verlieren jetzt hier leider auch unseren Divisionskollegen. Es sieht so aus, als wenn die Southern Dragon dort rumfährt. Und daher den Eintorpedowerfer nach da. Und ich vermute, die York wird hinterherfahren. Von daher versuchen wir den zweiten Fächer, die York, zu treffen. Immerhin ist die feindliche Missouri auch noch rausgegangen. Eine Hood gegen die Missouri. Im Austausch ist natürlich ein guter Tausch, den wir hier gerne im Kauf nehmen. Ah, sieht so aus. Die York hat ihr so nah an. Hat auf jeden Fall rausgedreht. Die Southern Dragon hier erwischt. Aber auf jeden Fall zwei Torpedos. Erster Torpedo leider nicht viel Schaden gemacht. 5500 nur. Aber der zweite Torpedo hat gut Schaden gemacht. Damit die Southern Dragon passt draußen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die York hinter uns gerade das so nah an hat. Hat dort relativ gut auf den Torpedos reagiert und guckt jetzt hier auch in unsere Richtung. Ich würde aber versuchen, jetzt hier sogar ein bisschen das Feuer zu eröffnen. Bisschen mit der SAP. 2000er Salven tun doch ein bisschen weh. Von daher wechseln aber jetzt hier gleich mal auch auf die HE-Munition. Die Torpedos sind bald wieder einsatzbereit. Und jetzt das Schadensbegrenzungsteam rausnehmen. Wäre natürlich super. Winkelt jetzt sowieso. Na, SAP würde wahrscheinlich immer noch mehr Schaden machen. Aber kriegen sogar direkt den Brand und hat direkt das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Das ist super. Torpedos sind draußen. Hoffen wir mal, dass das so nah mittlerweile ausgelaufen ist und eventuell wenigstens ein Torpedo kassiert und dann eine permanente Flutung. Das wäre hier der Optimalfall. Ah. Komm, komm, komm. Einer. Okay, sehr geil. Wir treffen hier wirklich ein Torpedo mit Flutung. Das bedeutet eine permanente Flutung. und es könnte sogar fast reichen, um die Jörg hier rauszunehmen. Einziger Grund nur, weil die Jörg den einen Brand repariert hat, was man natürlich auch als Kreuzer nicht machen sollte. Ging hier trotzdem für unser Team. Aber ich denke mal, die Flutung sollte auch ausreichen. mittlerweile auch schon neun Torpedotreffer gelandet. Mit der relativ geringen Reichweite in Kombination mit der hohen Geschwindigkeit kann man natürlich sehr, sehr gut Torpedos treffen, muss man dazu sagen. Und in 15 Sekunden haben wir die nächsten Torpedos auch schon wieder einsatzbereit. Die King George mögliches Opfer. Der dreht hier raus. Hat natürlich auch mitbekommen, dass die Jörg dort rausgegangen ist. Eventuell die Gneisenau. Ich weiß nicht. Versucht er dort zu drehen, um den Captain Yoink vielleicht rauszunehmen. Die Southern Dragon sollte gleich auch Geschichte sein. Eröffnen jetzt hier nochmal unser Feuer. Haben wieder Glück hier auf jeden Fall direkt mit der ersten Salve. Das Schadensbegrenzungsteam beziehungsweise nicht das Schadensbegrenzungsteam. Die Gneisenau ist da ein bisschen schlauer, zumindest einen Brand zu machen. Werden jetzt hier auch von der King George gut getroffen. Glücklicherweise hat er die AP benutzt und keine HE. kann aber leider hier den Fächer knapp ausweichen, aber die Gneisenau hat dort auch gut reagiert und nicht das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Hätte er dort den Eintorpedo kassiert, dann hätte er die Flutung stoppen können. Hat jetzt das Schadensbegrenzungsteam genutzt, weil er weiß, dass unsere Torpedos nicht einsatzbereit sind. Und die Runde sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Für uns natürlich relativ entspannt. Nachdem die Asashi draußen war, konnten wir hier wirklich voll auf Torpedos gehen. Schauen wir mal die Torpedos raus, aber der Gneisenau wird von unserer Asuma rausgenommen. Sehr, sehr schön. Hoffe, dass die King George uns hier entgegenkommt, denn können wir hier einen schönen Move mit unserem Abluftnebelerzeuger und den Torpedos machen. Weiter, Torpedofächer benötigt zwar noch etwas Zeit, um einsatzbereit zu sein, aber sieht so aus, als wenn die King George hier leider uns nicht den Gefallen tut und hier außen rum fährt. Möchte dort wahrscheinlich die Basis verteidigen, aber denke mal, er wird dort weiterfahren, von daher sollten diese Torpedos hier relativ gut sein. Glaube nicht, dass er erwartet, dass wir mittlerweile schon hier außen sind, sondern dass er vielleicht aus der Mitte aufgeklärt wird. Klar, dass wir nicht beide Torpedofächer jetzt einsatzbereit hatten, sonst wäre das vielleicht sogar ein vernichtender Schlag gewesen. Torpedos sehen aber sehr, sehr gut aus, sind natürlich verdammt schnell. Alle drei Torpedos treffen, kriegen jetzt hier auch den Unterstützer und das Großkaliber. Eröffnen jetzt hier auch unser Feuer, versuchen jetzt hier die King George runterzuschießen, nutzen jetzt hier unseren Nebel, um wenigstens zuzubleiben beim Schießen. Eventuell noch ein Brand. Das wäre auf jeden Fall angenehm. Captain Joink hilft dort auch. Brand kriegen wir hier leider nicht mehr, aber die King George ist draußen und damit ist auf jeden Fall diese Runde hundertprozentig gewonnen. Nur noch die Plüme vom Gegnerteam ist am Leben. der Captain Joink hier auch mit vier Kills. Vielleicht schaffen wir es für ihn noch die Krake in der Runde zu holen. Wir brauchen natürlich die gegnerische Basis auch nicht einnehmen. Wie gesagt, die Runde ist garantiert gewonnen. Die Plüme müsste dort schon alle von unseren Schiffen versenken. um die Runde noch zu gewinnen und das wird in anderthalb Minuten natürlich nicht mehr passieren. Ich glaube auch nicht, dass wir selber nah genug herankommen werden. Seiten sind Torpedos der Plüme eine Minute müssen wir noch überstehen. Schöne Runde ich auf jeden Fall erst mit der SAP feindlichen Zerstörer runtergeschossen und danach konnten wir in den vollen Genuss kommen mit unseren schnellen Torpedos und haben dort auch zwölf Stück ins Ziel gebracht. 154.000 Schaden ist natürlich ordentlich. Das hat sich gelohnt. Allerdings bin ich trotzdem ehrlich gesagt nicht der allergrößte Fan von diesem Schiff. Ich finde es gibt Schiffe auf der Stufe die die gleichen Sachen auf jeden Fall auch besser machen wahrscheinlich gerade wenn man in Richtung Z35 guckt dort einfach die Kombination Super Arounder mit der Hop Batterie auch wenn man dort keine SAP hat aber trotzdem gute HE gute AP gute Torpedos und dann auch noch das Braus Material mit Reichweite da hat dieses Schiff hier einfach sehr harte Konkurrenz aber auf jeden Fall eine super Runde Plymouth wird hier nicht mehr aufgeklärt und der Sieg ist unser sehr schön 154.000 Schaden wurden das am Ende mit 62 Hop Batterietreffern 12 Torpedotreffer 1 Flugzeug abgeschossen 4 Ausfälle 1 Schiff zerstört 2 Brände 7 Wassereinbrüche 5 Schiffe aufgeklärt und dann gab es noch Unterstützer und Großkaliber Hauen uns auch schnell das Teamergebnisse an schöne Runde auf jeden Fall 2800 Basis EP das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit Werfen natürlich auch einen Blick auf den Wirtschaftszweig und das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt in der Runde 750.000 Kreditpunkte Profit gemacht in der Runde mit dem epischen Booster und dann gab es noch einiges an Erfahrung So Leute das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung der FR25 gewesen sein auf jeden Fall ein solides Schiff aber nicht unbedingt ein Schiff was man unbedingt benötigt ich glaube es gibt auf jeden Fall auf der Stufe andere Zerstörer die die gleichen Aufgaben machen können vielleicht sogar etwas besser von daher gerade wenn man in Richtung Azulain Yuki Kase guckt dort haben wir auch eine solide Hopp Bewaffnung um dort feindliche Zerstörer zu bekämpfen und wirklich gute Torpedos um dort die anderen Schiffe später dann auch rauszunehmen oder natürlich Z35 bleibt natürlich Maß aller Dinge auf der Stufe einfach ein super Gesamtpaket dennoch ist die FR25 ein sehr schlechter Schiff aber nicht unbedingt ein Schiff was man unbedingt benötigt wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt schreibt es gerne in die Kommentare ich hoffe es hat euch gefallen lasst auf jeden Fall ein Like da ein Abo wäre spitze schaut in die Videobeschreibung dort findet ihr mein Twitter Account mein Twitch Kanal mein Discord Server schaut dort gerne vorbei ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Leute haut rein ciao 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 ciao